Diese zwei Minzdüfte sind aus dem Sommer gar nicht wegzudenken. Ihr habt wahrscheinlich viele Minzdüfte gehört und gesehen jetzt im Sommer. Aber ich habe zwei Favoriten, die ich wirklich sehr oft trage aktuell. Und das sind die beiden. Den Torino 21 hat man tatsächlich schon sehr oft gehört. Aber es ist wirklich ein guter Duft, den man wirklich nach wie vor gut kaufen und tragen kann. Eine gute, sommerliche, frische Brise mit so einem leichten Minzeffekt, der wirklich immer gut ankommt und wirklich sehr gut riecht. Das liegt einfach daran, dass der Duft einfach und unspektakulär gut ist. Ja, ich sage es immer wieder, es sind nicht die außergewöhnlichen, sondern die einfachen Düfte, mit denen man am meisten Komplimente bekommt. Wenn du es ein bisschen minziger magst, dann auf jeden Fall den hier. Den mag ich tatsächlich ein bisschen mehr. Und das ist der Kobe Gardens von The Nose Behind. Und wenn man den Duft riecht, kommt einem die Minze sofort entgegen. Das Ganze riecht für mich wie so ein richtiges Minzblatt. Also so richtig im Garten, als würden da richtig viele Minzblätter wachsen. Und ich rieche an dieser Pflanze und dieser Duft kommt mir entgegen. Das ist genau das, was du in dieser Flasche bekommst. Ich persönlich finde es richtig geil und es ist wirklich extrem erfrischend im Sommer. Das sind meine beiden Favorites im Sommer 2024. Den Link zu den Düften findest du natürlich wie immer in der Bio. Mach aber dafür unbedingt das Plus-Fact.